Für Otz BK gibt es das denn? 19. Minute Standardsituation Eigentlich souverän geklärt von Schmelzer Und dann sind sie nicht in der Lage, Halbwursten zu kontrollieren Der löst sich da aus dem Schatten von Zegnini und Kagawa Der da am Pfosten steht, kommt nicht an Weidenfeller macht auch keine richtig gute Figur Um da irgendwie hinzukommen oder möglicherweise ja auch die Ecke schon